Herzlich Willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. In diesem Video wollen wir uns mit der Additivklasse der UV-Stabilisatoren beschäftigen und hier insbesondere mit den UV-Absorbern. Die meisten Kunststoffbauteile sind in der Praxis mehr oder weniger stark Sonneneinstrahlung und damit hochenergetischer Strahlung ausgesetzt. Die Sprektalverteilung des Sonnenlichtes ist in dieser Grafik dargestellt. Vor allem die ultraviolette Strahlung des Sonnenlichts im Wellenlängenbereich zwischen 300 und 400 Nanometer können Kettenabbaureaktionen starten, die im folgenden, ähnlich dem thermooxidativen Abbau verlaufen, über den wir ausführlich im letzten Video gesprochen hatten. Um dieser photoschemischen Schädigung der Kunststoffe entgegenzuwirken, kommen drei verschiedene Klassen von UV-Stabilisatoren zum Einsatz. Erstens UV-Absorber wie 2-Hydroxybenzophenon und 2-Hydroxybenzotriazol. Zweitens sterisch gehinderte Amine, sogenannte HALS-Verhindered Amine Light Stabilizer, als Radikalfänger und Peroxidzersetzer. Und drittens UV-Quentscher. UV-Absorber filtert den ultravioletten Teil aus dem Sonnenlicht. Dabei wird die Energie des absorbierten Lichts in Wärme umgewandelt. HALS-Stabilisatoren unterbinden ähnlich den Antioxidantien Reaktionen aggressiver Photoxidationsprodukte, also Radikale und Peroxide, sowohl an der Oberfläche als auch in den tiefer gelegenen Schichten. UV-Quentscher, oder man kann auch Löscher sagen, deaktivieren die Radikale und leiten die Energie letztlich in Form von Wärme ab. Auch sie wirken unabhängig von der Schichtdicke und sind somit sehr gut für Folien geeignet. Ob und wenn ja welcher UV-Stabilisator Verwendung finden sollte, hängt vom Kunststoff, von der Anwendung und auch von der Region ab, in der der Kunststoff eingesetzt werden soll. Diese Abbildung zeigt die Globalstrahlung auf der Welt. Es ist zu erkennen, dass sich die durch die Sonne eingestrahlte Energie je nach Region um Faktor 3 unterscheiden kann. Besonders kritisch sind daher Märkte wie die USA, in denen sich die Globalstrahlung innerhalb eines Landes je nach Bundesstaat bereits um einen Faktor 2 ändern kann, sodass das Kunststoffbauteil im Zweifelsfalle auf die höchste zu erwartende UV-Belastung ausgelegt sein muss. Auch die Einfärbung eines Kunststoffbauteils im Außeneinsatz kann erheblichen Einfluss auf die benötigten Einsatzmengen an Antioxidantien und UV-Stabilisatoren haben, da sich das Bauteil je nach Einfärbung unterschiedlich stark erwärmt. Hier sehen Sie Werte für Oberflächentemperaturen, die ich an unterschiedlich eingefärbten Weich-PVC-Folien unter Sonneneinstrahlung gemessen habe. Wie zu erkennen ist, können sich Temperaturunterschiede von bis zu 17 Grad Celsius ergeben, die sich zumindest langfristig auf die Dauergebrauchseigenschaften bemerkbar machen können. Um Kunststoffe oder Substrate vor Versprüden, Verfärben oder Rissigwerden durch Sonneneinstrahlung zu schützen, werden UV-Absorber eingesetzt. Die technisch wichtigsten UV-absorbierenden Kunststoffadditive sind 2-Hydroxybenzophenone und 2-Hydroxyphenylbenzotriazole. Weiterhin finden in Kunststoffen auch Zimtsäureesterderivate Verwendung. UV-Absorber absorbieren die schädliche UV-Strahlung in einem Wellenbereich von 300 bis 400 Nanometer und wandeln diese Lichtenergie in unschädliche Wärme um. Die UV-Absorber müssen dabei eine hohe Eigenabsorption haben und sehr lichtstabil sein. Einanderfalls würden sie in Nebenreaktionen verbraucht werden und ihre Schutzwirkung verlieren. Hier sehen Sie den Absorptionsbereich zweier UV-Absorber in einer Chloroformlösung. Dabei ist zu beachten, dass geringe Abweichungen der Absorptionsbereiche je nach Kunststoff, in dem der UV-Absorber eingesetzt wird, zu erwarten sind. Diese Abbildung veranschaulicht die Wirkungsweise von UV-Absorbern am Beispiel eines 2-Hydroxyphenylbenzotriazols. Während im Grundzustand die angegebene Phenolform die stabilere ist, ist im angeregten Zustand die sogenannte Chinonform, also ein doppelgebundenes O statt der OH-Gruppe, die thermodynamisch günstigere. Nach Aufnahme eines Lichtquants und der Bildung des angeregten Zustands findet ein Protonentransfer statt. Es entsteht ein Zwitterion. Die Energiedifferenz zwischen den tautomeren Strukturen der Chinonform ist so gering, dass gewöhnlich eine strahlungslose Umwandlung erfolgen kann. Da im Grundzustand die Phenolform die stabilere ist, findet erneut ein Protonentransfer statt, wodurch wieder das Ausgangsmolekül entsteht. So wird die hochenergetische Strahlungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt. Der Mechanismus bei Hydroxybenzophenonen ist ein ganz ähnlicher. UV-Absorber können natürlich auch in transparenten Kunststoffen eingesetzt werden, um darunterliegenden Schichten vor UV-Strahlung zu schützen, wie zum Beispiel bei UV-Schutzlacken oder bei Lebensmittelverpackungen aus PET. Diese Grafik zeigt UV-Messungen an 0,5 mm starken PET-Folien mit 0,15 % Hydroxyphenylbenzotriazol. Gut ist der filternde Effekt der UV-Strahlung im Wellenlängenbereich von 300 bis 400 nm beim Einsatz geeigneter UV-Absorber zu erkennen. Bei besonders dünnen Polymerfilmen ist aber ein umfangreicher UV-Schutz schwer zu realisieren, da das Absorptionsvermögen außer vom Absorber und dessen Konzentration auch von der Schichtdecke abhängt. Soll also mit einem dünnen Polymerfilm der gleiche UV-Schutz realisiert werden wie mit einer dicken Kunststoffscheibe, so muss die Konzentration des Absorbers entsprechend erhöht werden. Dies geschieht am besten, wenn man die UV-Absorber durch kovalente Bindung an das Polymer koppelt. Dadurch wird gerade bei dünnen Schichten eine mögliche Diffusion des Absorbers aus dem Polymer verhindert. So kann im Falle von PMMA bei der Herstellung ein Methylmetacrylat-Derivat als Kopolymer hinzugegeben werden, das UV-absorbierende Gruppen enthält. Einer der effektivsten und preisgünstigsten UV-Absorber ist nach wie vor Ruß. Ist ein Kunststoffbauteil mit Ruß schwarz eingefärbt, so werden schädliche UV-Strahlen bereits oberflächennah völlig vom Ruß absorbiert und die absorbierte Energie in Wärme umgewandelt. Das kann unter Umständen andere Probleme mit sich bringen, sei es, dass ein Aufheizen des Bauteils für den bestimmungsgemäßen Gebrauch unerwünscht ist oder dass der thermoacidative Abbau durch die erhöhte Temperatur beschleunigt wird. Natürlich absorbieren alle anderen Buntpigmente in unterschiedlicher Intensität UV-Strahlung. Bei hellen Pigmenten überwiegt aber die Lichtreflexion. So wird bei einer Weißeinfärbung mit Titandioxid das Licht völlig reflektiert, wodurch natürlich auch eine nicht zu unterschätzende UV-Schutzwirkung erzielt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seien Sie auch beim nächsten Lehrvideo wieder mit dabei, in dem es dann um die sterisch gehnerten Amine und Quentscher als weitere UV-Stabilisatoren gehen wird.